Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiance. Ich dachte mir, ich spiele mal wieder eine Runde. Genau, wir gehen rein ohne Rang und wir machen wieder die angepasste Playlist. Ich bin sehr gespannt. Oh, guck mal, Match wird direkt erstellt. Aber wir sind mitten in ein normales Match reingejoint, okay. Gehen wir mal... Boah, wieder mit Sniper. Oh Gott, auf komplett falsche Map dafür. Ich habe gesehen, das waren heute auch Wartungsarbeiten irgendwie. Oh, lol. Okay, komplett falsch reinge... Na, gehst du wohl. Wow, 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 wow. Das war episch. Weiß zwar jetzt nicht, wo wir... Oh Gott, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Ah, schade. Okay, ich lasse das mal lieber mit dir. Ich wollte mir gleich noch die passende Ausrüstung raussuchen. Für die MP7. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Gott, 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 Alter, was ist... Digga, was ist denn mit mir los? Ah, schade, okay. Okay, das war jetzt aber... Das war jetzt richtig cool. Oh Gott, oh Gott. Wow. Ey, ich weiß gerade selber nicht, was mit mir so los ist, so ein bisschen. Also... Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Was ist das für ein Game-Mode? Ach, kann das sein, dass das sowas wie Team Deathmatch ist? Okay, zwei Leute, keine Chance. Ist das sowas wie... Ah, Team Deathmatch. Scheiße. Scheiße. Gut, wir gehen einmal außenrum. Team Deathmatch habe ich auch noch nicht gespielt. Jo, tschü... Was? Ah, lol. Der hat irgend so eine Fire... Äh... Fire-Dings... Nicht Extension. Wie heißt der? Schrott. Schade, dass man Barriere nicht einfach wieder... Okay, sterben. Wir sterben an Feuer. Oh, nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Yo, was? Wieso... Okay. Haben wir? Yo, 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 okay. Warte, was? Wieso ist die runtergefallen? Meine Granate, meine ich. Was war das denn? Ich verstehe nicht, wieso meine Granate jetzt runtergefallen ist. Hä? Wieso gehe ich denn permanent in Flammen auf? Aber was habe ich in dem Game verpasst? Ich habe natürlich auch lange nicht mehr gespielt. Nur das letzte Mal die Runde. Aber es war auch nur eine, so. Ich habe mich mit einer Sekundärwaffe gekillt, lol. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Nee. Gott, okay, weiter. Einer kämpft schon da die ganze Zeit. Ach, da wollte ich den gerade. Mann, jetzt wollte ich den killen. Egal. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe es noch gesehen, aber... Ja, egal, egal. Sonst läuft es gut gerade. Aber was ist denn mit mir jetzt? Also am Anfang voll gut, aber jetzt? Ich übersehe irgendwie alles. Auch meine Haare, nee. Die hängen mir gerade voll im Gesicht. Ich muss dringend zum Friseur. Okay. Alter. Haben die irgendwie Feuermunition oder so? Weiter, weiter, weiter. Wow, wow, hä? Alter. Ich konnte mich genau in dem Moment nicht bewegen. Das ist so traurig. Perfekt. Weiter, weiter, weiter. Von hinten. Oder auch nicht, okay. Äh. Ab. Boah, Alter. Yo. Glück, jetzt haben wir es schon. Tschüss, 18. Wir sind ja zwei Beste. Lol. Alter. Als ob. Oh mein Gott. Wehe, die ist jetzt weg. Danke. Das wäre jetzt mega unfair gewesen, wenn jetzt hier diese Ulti weg wäre. Weil ich habe, äh... Ja, komm her. Vieh. Oh. Hä? Was ist das denn jetzt? Ey. Der Kill halt... Hä? Aber warum ist der jetzt nicht gestorben? Oh mein Gott. Ist das immer noch so, dass das so verzögert ist? Also, dass man auch so teilweise um die Ecke schießen kann und so? Wenn ja, dann wäre das sehr arsch. Ja, der Sieg ist weiter offen. Ich weiß, wir sind der Sieg. Das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hundert. Oh Gott, oh Gott. Premium Runde. Das Ding bleibt auch so weit, äh, uncut. Also nicht so stark gecuttet wie sonst. Okay, schade, wir... Oder kriegen wir noch ein Kill denn? Komm her! Ah. Knapper Sieg. Nice. Boom, boom, boom. Angst denn? Was sind wir? Wer sind wir? Wer, wer, also... Oh Mann, ich würde auch mal gerne erst... Oh, was Bester im... Hä? Ich war doch Bester im Match, ehrenlos. Egal. Ähm, wo ist er? Da. Warum... Warum gibt es viermal Bester im Match? Ach so, in der Kategorie. Fünfmal meine ich. Okay. Lach gerade schon. Hm. Hm. Es ist mir vielleicht, falls ich in irgendeine Art, äh, eine Art zu laut bin oder sonst was, weil ich musste spontan mein Mikro einmal umbauen. Und ich spiele hier gerade an einem Laptop, also ich bin gerade unterwegs. Deswegen bitte nicht wundern, ich habe, ähm, das Ganze mitgenommen, das steht hier auf dem Tisch. Ich bin gerade in der Bahn. Deswegen, ich werde das soweit noch alles rausfiltern. Deswegen bitte nicht wundern. So, perfekt. Ich würde dann sagen, das war's dann, äh, mit der Folge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.